Musik Aber hallo zur nächsten Folge Revo Benni ist letzte Folge gestorben, leider Aber ich hab überlebt Ich hab den, der Benni gekillt Ich hab ihn nicht, ich hab ihn gerächt Jaja, er Jetzt war ich hier Ich hab mich gerechtfertigt gemacht Von wo ist der überhaupt gekommen, der Gegner? Äh, du... Ja, von oben Weil ich nicht gesneakt hat, hat er sich einfach von oben runter gebaut Ist ein bisschen... Ich hab jetzt Eisen in den Ofen gepackt und warte jetzt bis das fertig ist, damit ich mir dann vielleicht irgendwie noch Eisenschwert und so machen kann Und Rüstung, weil der hat mich ja richtig schnell gekillt Aber ich hab ihn dann ganz gut Damage gegeben, dann konnte ich ihn noch killen Aber bei mir sieht's gerade so eigentlich ganz gut aus Ich hab richtig spät erst bemerkt, dass ich nur noch ein Herz hatte, aber da kam er schon auf mich zugegangen Warte, Enderman Enderman Warte, Enderman Enderman Okay, keine Sorge Kann man ihn nicht killen? Wo ist er denn? Du kannst ihn killen, aber der hat richtig viele Herzen und macht richtig viel Schaden, weil du hast keine Rüstung und das ist... Achtung, runtergucken! Komplett runtergucken! Man, ich will ihn, ich will ihn einbauen, ich will ihn einbauen Ne, er kann sich ja teleportieren, also So, aber ich will ihn trotzdem zu machen Okay, er hat sich noch nicht gesehen, also Der Borna schrumpft nun Oh, wer weiß, vielleicht gewinnst du ja noch Ne, warte, warte, er macht den Mund ab, vielleicht... Nein, hat er nicht gesehen? Ich glaub... Ne, okay Ich muss hier weg, ich muss hier einfach weg Geh mal lieber weg, der sieht irgendwie richtig aggressiv aus Also, ich glaub... Ich hab 10 Eisen, ich mach jetzt noch schnell ein Eisenschwert Ich hab kein... Oh, ich hab... Oh, man kannst ja auch gleich eine Rüstung machen, ne? Also... Ja, ja, kann ich mir ein bisschen was machen Ja, du kannst ja... Brustplatte! Dafür reicht doch 8 Eisen, ne? 8 Eisen, ja! 8 Eisen! Okay, nice, Eisenbrustplatte hab ich Okay Ja, da ist... Ist hier irgendwo noch... Ist hier irgendwo noch Eisen? Warte, ich fliege durch Nein, nein... Nö, hier ist ja gar nichts mehr Okay, hier ist gar nichts mehr Okay, dann geh ich weg Nur noch 48 Blöcke Ja, ich glaub, der Border schrumpft jetzt sogar ziemlich schnell, also... Aber du bist schon, ne? Also... Ich hoffe jetzt mal nicht, dass jetzt jemand sich hier die Errüstung gegönnt hat, oder so Womit baue ich deine Wackbarn an, schnellst du ab? Äh, hier, äh... Holzachst Okay Steht ja aus Holz Geh schnell raus, schnell raus mit dir Auch Blöcke Fackeln Was bräuch ich denn nicht jetzt hier? Fackeln brauche ich Okay Ich hab auch... bekomm auch keinen Hunger, das ist ganz gut Es steht da doch der Änderung? Okay 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 Sag mal, ob da draußen in der Höhle irgendwann ist Warte, nein, da muss ich erstmal vorfliegen Oh Gott, der Border, der ist schon rot Oh, oh, guck mal wie nah Ab in die Mitte, ich würde jetzt sagen in die Mitte mit dir, oder? Oh, das ist wieder ein Enderman Das ist ja am sichersten Super Renn, 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 renn Okay, renn weiter, sieht gut aus Kannst du ja noch... Kannst du ja noch zu den anderen Spielern teleportieren Und mir sagen, wie die, wie die equipped sind Okay Also der eine Der hat gar nichts Der hat ja Der hat, äh, Eisenhelm, aber Er hat kein Schwert gerade in der Hand Ja, ich seh, ich seh einen Oh Gott, der ist viel Der ist richtig gut equipped Oh, oh ja, ich... Den, den meinte ich nicht Verfolgt der mich? Ja, schnell, renn, renn, renn Nein 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 Ich hab aufgeholt zu sprinten Warum auch immer Ich glaube aber er wird dich bis zum Tod verfolgen Nein Japp Aber der andere ist auch richtig blöd, man Der versneakt sich nur irgendwo Och Okay Das war die letzte Und die dritte Folge Von Revo Jo Ich fand's eigentlich ganz cool Ja Das in der zweiten Folge war richtig unnötig Aber Ja, die zweite Folge, die war irgendwie komisch Da bist du richtig Komisch gestorben Ja, das war schon richtig doof Eigentlich würde ich ja gerne noch mehr Revo spielen, aber Ja, können wir da irgendwo nochmal machen Vielleicht finden wir ja noch irgendwann mal eine Gelegenheit Jo Aber fürs Erste Ihr könnt's auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt fandet Oder Ob ihr nochmal sowas wollt Oder ob ihr lieber nur Bad Wars wollt Oder schreibt's einfach mal Oder was wir sonst noch spielen wollen Sollen Mal Könnt ihr alles mal unten in die Kommentare ballern Jo Okay 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ciao Ciao Gotta bei ihnen Will das bitte 五 die unplug 0 10 0 A 70